Sie können in Deutschland eigentlich alles sagen. Man muss dann manchmal halt mit Konsequenzen rechnen. Das ist das Einzige, was der ein oder andere manchmal nicht ganz versteht. Wir leben in einem freien Land. Man muss dann manchmal halt mit Konsequenzen rechnen. Das ist das Einzige, was der ein oder andere manchmal nicht ganz versteht. Wie, sagen Sie mal, haben Sie sie noch alle?